Achtung, das könnte jetzt vielleicht ganz kurz ein bisschen wehtun. Nichts und niemand kann dir die Antworten geben, die du suchst. Antworten auf die Fragen, wer bin ich, wozu bin ich eigentlich hier, wie sieht ein erfülltes Leben für mich aus. Auf die Frage, wie kann ich mir selbst endlich vertrauen und was sind die für mich passenden Entscheidungen. Oder die Frage, wie komme ich in tiefe Verbindung mit Menschen, die mich so sehen und lieben, wie ich bin. Nichts und niemand im Außen kann dir diese Fragen beantworten. Einzig und allein du selbst. Denn die Antworten sind in dir. Und vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört und vielleicht war deine erste Reaktion jetzt, uh, bleib mir damit weg. Wenn das der Fall sein sollte, I feel you. Hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, die Antworten sind in dir, als ich völlig frustriert und kurz vor dem Burnout in meinem alten Job saß, überzeugt davon, dass ich nicht viel mehr zu geben hätte, als die Skills, die mir jemand anders beigebracht hat und dazu noch mit altem Liebeskummer im Herzen, ich hätte die Person entweder überhaupt nicht verstanden oder hätte sie für einen esoterischen Spinner erklärt. Wenn deine erste Reaktion jetzt war, ja, okay, aber wie komme ich an diese Antworten dran, die in mir sind, dann bist du schon ein Riesenschritt weiter als ich damals. Ich zog los mit der festen Überzeugung, es muss doch irgendjemanden da draußen geben, der mir erklären kann, wie ich glücklich werde. Und glaub mir, es mangelte nicht an Gurus, die mir genau das versprachen. Doch meine persönlichen Fragen über das Leben und über mich selbst konnte mir niemand beantworten. Rückblickend heute weiß ich, dass das Problem erstens war, dass diese Gurus alle den einen Weg zu der einen Form von Glück erklärten, der für sie selber, für diese eine Person funktioniert hatte. Außerdem kam ich zwar zu unglaublich vielen Erkenntnissen darüber, warum ich frustriert bin, doch irgendwie zu keinem praktischen Weg, wie ich irgendwie in eine Alternative kommen kann. Und das dritte Ding war, dass die Tools, die ich beigebracht bekommen habe, häufig so komplex waren oder immer irgendeine Form von Begleitung erforderten, dass ich nie lang genug durchhielt, um mit diesen Tools zu irgendeinem Ergebnis für mich zu kommen. Und von all den Tools, die ich in den letzten zehn Jahren ausprobiert habe, sind einige wenige hängen geblieben, die ich selbst bis heute nutze. Tools, die dich in die Lage versetzen, individuelle Antworten in dir selbst zu finden, die deiner eigenen Wahrheit entsprechen. Die dich immer wieder zurück zu dir selbst bringen können, wenn du dich mal im Außen verloren hast. Und die an deine eigenen Voraussetzungen, Vorlieben und deinen persönlichen Alltag anpassbar sind. Und die ich deshalb schon vielen meiner Coaching-Kundinnen mitgegeben habe. Und genau so ist auch dieser Kurs entstanden, damit Menschen, die mit mir im 1 zu 1 zusammenarbeiten, sich mit diesem Kurs auf das Coaching vorbereiten können, ich aber gleichzeitig auch Menschen, die nicht mit mir im Coaching zusammenarbeiten möchten, trotzdem diese Tools zur Verfügung stellen kann. Ich habe es am Anfang vom Video gesagt. Nichts und niemand kann dir die Antworten geben, die du suchst. Auch nicht dieser Kurs. Denn du bist einzigartig und kein anderer Mensch auf der Welt hat genau dieselben Erfahrungen gemacht wie du und exakt dieselbe Definition von Glück oder Erfüllung. Wieso sollten also die Antworten von irgendeinem Menschen da draußen für dich passend sein? Um an die für dich passenden Antworten zu kommen, an deine eigene Wahrheit, brauchst du die Verbindung zu dir selbst, die Verbindung in dein eigenes Inneres. Und deshalb bekommst du mit Reconnect to Yourself etwas, was ich persönlich für noch viel wertvoller halte, als die Antworten auf die Fragen, die du dir jetzt gerade stellst. Du bekommst die Ausrüstung für deine Suche nach Antworten, die du theoretisch bis ans Ende deines Lebens nutzen kannst, egal welche Antworten du im Laufe deines Lebens noch alles suchen wirst. Du bekommst Tools, die dich über deinen Körper, deinen Geist und deine Seele, denn alles ist Teil von dir, darin unterstützen, in die Verbindung mit dir selbst zu kommen. Tools, die dir helfen, die Signale deines Körpers stärker wahrzunehmen, so dass du in der Resonanz spüren kannst, was für dich passend ist und was nicht, anstatt dich dabei im Außen zu orientieren. Du bekommst Tools, die dich darin unterstützen, Beobachter in deiner eigenen Gedanken werden zu können und sie so hinterfragen und verändern zu können, statt dich in den endlosen Zweifeln und Möglichkeiten zu verlieren, die in deinem Kopf kreisen. Und du bekommst Tools, die dich mit deiner Seele, sprich vor allen Dingen mit deinen Emotionen, wieder stärker in Kontakt bringen, damit du dein Herz öffnen kannst und nach und nach den Mut findest, so zu leben, wie es dir wirklich entspricht und dich für die Menschen zu öffnen, die dich so sehen und lieben, wie du bist. Menschen, die Reconnect to Yourself bereits gemacht haben, sagen nach dem Kurs Dinge wie, ich habe herausgefunden, wie meine Intuition sich äußert, was das überhaupt ist und wie ich aktiven und bewussten Zugang zu ihr bekomme. Ich habe ein höheres Wohlfühlen mit mir selbst. Ich habe jetzt ein besseres Verständnis für mich. Ich bin im bewussteren Kontakt mit mir. Ich konnte ruhiger und entspannter werden. In schwierigen Situationen und bei Herausforderungen kann ich jetzt besser einen klaren Kopf bewahren. Die Verbindung mit den engen Kontakten in meinem Leben hat sich zum Positiven verändert. Durch die Tools konnte ich mich als Gesamtheit von Körper, Geist und Seele verstehen. Alle diese Menschen haben eine wundervolle Basis dafür geschaffen, in Verbindung mit sich zu sein und dadurch die Antworten zu finden, nach denen sie suchen, und zwar in ihrem eigenen Inneren. Klingt das nach einer für dich passenden Unterstützung auf dem Weg in die Verbindung zu dir selbst und damit zu den Antworten, die du suchst? Dann findest du unter dem Video alle Infos und kannst dich auf meiner Webseite anmelden, wann immer du bereit bist. Ich freue mich, wenn Reconnect2Yourself dich begleiten darf. Sonstituten, eine Abdeck2-Kleuchte. Overdicht3-Kleuchte. Bezug auf das Herz und sein.